Pass auf da oben! Hier ist alles Marsch! Jo. Sieht aus, als hingen die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus! Wo ist ein Mechanismus? So, und hier irgendwie rüber? Ja, springen halt runter. Oh, da müssen wir den umständlichen Weg mal wieder nehmen. In Spandier-Richtung. Oder so? Huiiii! Ah, hallo! Ja, Kamera, bleib mal still. Ah, da. Ich hab eine Idee. Hallo, jetzt. So. Der ist sauber, deshalb kommt der wieder hoch. Hier liegt kein Schatz. So. Nein, tut's nicht. So. Haus Sullivan. Gut, los geht's! Ah, stimmt! Hab's! Da! Bin drin! Die Frage ist, wo? Bin gleich unten! So. Ist das eine Popcorn-Maschine? Eine Popcorn-Maschine? Was geht denn bei dir ab? Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Ups. War ich das? Haha, geil, die Pfanne. Kann man da noch mehr rumschmeißen? Schade. Okay. Okay, hier wieder runter, oder? Okay. Oh. Hey, der ist mir immer im Weg. Hey, Nate. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja, ach nee. Hey, das ist der aus Laurens Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Ich weiß gar nicht, die haben den erst gestern fertig gebaut. Okay. Falscher Weg. Ups. Hoppallale. Das wollte er ganz runter. Ich habe ein Loch. Oder müssen wir durch das Fench da irgendwie? Ah, da wohl durch. Ah, da wohl durch. Oh. Oh, da waren wir doch richtig. Oh, ein Flügel. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Na komm. Achso. Achso. So. In welche Richtung? Da wohl nicht rum. Hey, Nate. Ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Ja. Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Ach. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Hm. Hier, die Tür ist verrammelt. Ist mir sicherlich. Hey. Warum schaut ihr hier einfach nur so gegen die Wand? Ist eigentlich auch komisch, oder? Kann man den drehen? So. Hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Okay, wo sind die anderen zwei? Achso, da. Okay. Okay. Alles klar. So. Okay. Was bedeutet das? Der Typ mit dem Filz und ne Axt dran. Muss denn dann irgendwie... Ja, eben. Ja, aber wie rum ist richtig? Da, der hat die Axt. Der hat die Schild. Die Schild. Der hat die Schild. Und die Schild. Und die Schild muss schon zu... Der Axt. Der Axt. Jetzt pack weg. Jetzt pack weg. Jetzt wird nochmal... So. Der müsste jetzt richtig stehen. Dann... Dann... Jo. Der Typ mit der Axt. Schaut zu dem Schild-Typpi. Es muss ein Ding gehen. Ein Muster! Jo. Wart kurz. Bin gleich fertig. So. Der Typ mit dem Morgenstern. Schaut zum Schild. Schild da hinten. Okay. Jetzt. Mach mal. Oh. Schon fertig. Okay. Okay. Ach ja. Ein geheimer Weg. Im Kamin. Du lagst richtig, Sully. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? Eins, zwei ziehen? Oder eins, zwei, drei ziehen? Ziehen einfach. Ja. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. So. Ich hoffe, da kommt keine Riesenspinne oder so. Wie? Die bewegen sich ja auch. Irgendwas läuft hier rum. Hört ihr das auch? Was ist denn da hinten? Jähn, Schatz. Was ist das für ein Geräusch? Jo, hörst du das auch? Voll komisch. Hier sollte ich durchkommen. Ja. Quetsch dich mal durch. Oh oh. Jetzt. Pressen. Ja. Ihhh. War voll eklig. Yeah. Mittauchen. Cool. So. Ich sehe gar nichts mehr. Hallo? Da war Luft. So. Ich sehe gar nichts mehr. Hey. Ein Licht. Ein gutes Zeichen. Jo. Sieht aus wie so ein... Riesenbrunnen. Hey. Was macht denn der? Ja. Auch sehr toll sind die neuen Bewegungen. Ach, sei doch mal ruhig. Die sind eigentlich ziemlich geschmeidig und realistisch. Jetzt. Da hinten. So. So. Macht alles kaputt. Oh oh. Was sind das für typisch? Okay. Wie haben die uns gefunden? Ich muss Sally warnen. Oh. Warte mal. Zack. So. Ist der weg? Jo. Faustkämpfer. Boah. So. Lass mal den anderen vier Typis. Die stehen alle so blöd. Die stehen alle so blöd. Ho. Oh. Oh. Waff doch. Bam. Oh. Da ist nochmal eins. Oh. Jetzt macht er sich selber kaputt. Okay, da ist niemand. Aber das ist wieder so ein Fass. Oh, oh. Ja. Das kommt ja mit der Pumpe. Bam. Dann geht der rum. Ja. Jetzt müssen wir aber rennen, der hin. Oh je, das war ja mal voll der nehm. Jetzt. Schnell hingerannt. Ja. Jo, bam. Oh. Oh, jetzt trifft er das nicht mal. Hallo? Oh, ist das schon kaputt? Ja. Jetzt kommen noch mehr. Oh, ich komme hier oben. Oh. So, tot. so was gibt es denn hier alles rein gar nix jetzt zut